So Leute, grüßt euch zu diesem neuen Video, heute der 13. Juni 2021 und zwar schönes Wetter draußen, 20 Euro hier rein, ich poste mal wieder ein Video, das noch nicht veröffentlicht wurde die Hallen haben wir jetzt schon offen, also bei uns jedenfalls, so seit einer Woche, ist alles noch drin ich war noch nicht in der Halle, es hat mich in den Fingern gejuckt, ich gebe es ganz ehrlich zu dazu auch ein paar Worte auf Johnny Zockt nicht mehr, meinem anderen Kanal da werde ich demnächst auch mal wieder ein paar Videos machen und ja, hier ein bisschen Fixed und Cisona viel und halt auch bis 1 Euro Freispiele schaut selber an, ihr kennt es ja, läuft halt immer so wart ihr schon zocken, das würde mich interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare und falls ja, wie sind so die Regelungen, bei uns braucht man einen negativen Test und man darf drinnen nicht mehr rauchen und ist dort viel los, das würde mich auch mal interessieren also bis dann, ciao 20, 20 fixet na, hört schon nix gutes aber okay, ich kann anfangen 20, 20quoten Ich hab auch schon 3 Stück auf 10 zu 10 gekriegt. Oh, jetzt kommen schon noch 4. Walzern am Feuerbuch. Leider nicht, vielleicht ein normales. Auch nicht, schau mal. 3 oder 40, 40. Mal gucken. 40. Ja, ich geh da noch mal rein. Ich halte hier auf dem Laufenden, falls was kommt. Viele goldene Schwerter heute. Und oft Verlängerung. Oh, jetzt zum ersten Mal, dass ich mal 2 krieg. Aber 3 hat er noch nie gegeben. Oh, jetzt endlich. Endlich. Gerade sag ich's. Könnte da mal was hinterher schmeißen. 1, 2 Schwerter. Oder auf 3 nehme ich auch. Boah, hat er auch mal 30 gegeben. Ich weiß nicht, 1, 2, 3 Euro gezahlt. So wie 40 erhöht und wieder auf 3 ist runter, kam wieder. Und jetzt, um die Schwerter. Komm nochmal, 1, 2 Schwerter. Ah, naja, kann man nicht immer verlangen. Da, immerhin. Ja, ist das schön. Das ist ein schönes Bild. Ah, komm jetzt. Eieieiei. Da war ja mal langs ne Verlängerung. Wenn er grad zu rot ist mit den Schwertern. Ich mach mal 60 Cent. Er kommt ja mal nach. Genau, 50 Cent nebendran Freispiele. So, hier nebendran gab's mit 20. Das hab ich nicht aufgenommen. Hat er echt gut gemacht. 28 Euro. Aber für 20 Cent ist das nicht übel. Wenn er vor 50 gestellt kam auch ganz schnell. Und der mit 30 Cent hat eben. Hat er dann 60 gegeben. So, Abgebrauch an der Messe. Abbrauch Verlängerung. Sieht schlecht aus. Magen wir auf 40 danach. Oder ich war also auf 50 weiter. Knapp. Naja, da war schon einer. Wann damit? Naja. Große Schwert. Aber bringt mir nix. Eine Drehung noch. Ah, der Hebel. Keine Ahnung. 60 Cent oder so. Ui, lass ich mich nicht einfach weiterlaufen. Der geht ja nochmal rein. So, hier der gerade eben mit 30 Cent. Gleich hier reingegangen mit 60. Jetzt sind wir mal gespannt. Den anderen haben wir ja 40 jetzt gestellt. Schicksal hat mich leider runtergelassen. Ein paar andere Spiele probiert. Ich hab bei Lucky Lady mit 30 Freispiele. Aber auch nix. Ah, jetzt kommt schon. Leider zu wenig Spiele. Leider nix. Ich probier's mit 80. Ich geh da nochmal rein. Falls es was gibt, melde ich mich. So, das war der. Wo 90 Euro drauf haben. Wo die 60 Cent Spiele so schlecht haben. Wo 80 gestellt kam, einfach gar nix. Wie der rund auf 60 kam. Mal gucken. Mal gucken. Was zum Möri Schochen. 29 Euro drauf. Hm. Wir haben so Leute 50, vielleicht nicht. Aber er hält sie wenigstens. so ist es auch so. Wie hat sich denn heute noch dazu noch nicht. Wie ist denn jetzt noch etwas? Wann bringt das etwas? Schon leicht. Oh nein. Ach komm. Aber wenigstens das hört. Eher nochmal hin. Jetzt Gold. Zwei Drücke. Nix. Lassen wir mal einen 60 Cent kaufen. Ich geh da nochmal rein. Ich glaube ich mach auf 50 oder so. So. 40 gespielt. Ich hab 5 Kisten. 20 Euro. 65 gestellt. Erste Drehung. Ich glaube wer das mir die 90 gefressen hat. Und er hat sich gut nochmal reingehauen. Und dran. Na fast. Der andere frisst gerade runter. 40. Ich glaube ich stell den nochmal runter. So. Ich stell hier auch gleich um. 1 Euro. Sehr gut aber. Das weiß ich deutlich. Das ist ja wirklich auf 1 Euro gekommen. Drittes Mal. Ja. Also das hat zwei Wappen und dann. Das dritte Ränge haben. Bisschen gedauert. Aber gut. Drinnen sind sie. Sind wir mal gespannt. Und. Krass. Jetzt gleibe ich hinterher. Ja. Sehr schön. Verlängerung. Ohne Verlängerung hatte ich noch nie Glück. Bei dem Spiel. Und. Ja. Schade. Das könnte ein schönes Spiel werden. Aber wird meistens Konsum erwartet. Große Schwert für ein Spieler. 4. 4. 4. 4. 4. Ah. Das wird nichts. Schade. Ich lass jetzt noch ein bisschen weiter warten. Mal gucken. Vielleicht geht ja was. Wenn ich stell dich um. Mal gucken. 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 Ich liebe. Oh. Sehr schön. Bei nächster Runde mindestens 10 Euro. Wenn ich blick hab mehr. Nein. Aber. Mhm. Oh. Sehr gut. Der andere lässt sich irgendwo hier. Endlich mal drinnen. Erstmal kurz Pause machen. Oder Start rausnehmen. So. Jetzt werden wir noch 7 Spiele. Kann viel passieren. Wenn er will. Ah. Da ist 2 Wappen. Sehr gut. Oh. Alter. Wer hat's mit der Messung heute? Aber leider. Ja. Egal. Was soll's wissen. Das ist immer schön. Diese 3 Pferde. 3 Burgen. Ah. Sehr gut. Ah. Weiter hinten hat's mir mehr gebracht. Ah. Das ist beim abgebrochenen Messen. Nur noch 5. 6 Spiele. 5 nur noch. Ja komm. Tolle Verlängerung. Das andere frem ich jetzt nicht. Ist nur 30 Cent. Interessant. Jetzt kann man heute mal hinten eins rein. Nice. Auf jeden Fall mal 50 oder so rausnehmen oder mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.